hallo leute und herzlich willkommen zu der zweiten folge von ravenfield ist lange zeit her da habe ich die erste folge gemacht und da dachte ich mir ich hoffe dass euch der schluck auf nicht stört mich stört auf jeden fall wenn ich nicht ganz reden kann ja eigentlich schon eine folge gemacht und die ist abgestürzt weil mein laptop auf einmal ja ja Deswegen spiele ich jetzt noch mal, genau das ist das Map, genau das ist das Einstellungen, genau das ist das Spaß! Das ist guter am APC ist, es ist gelendet, also ATV, all-around-filter und am TV. Einer hat es gekocht. bloodshipping helle labour was 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 what was Was los ist? Was ist denn nicht da? Was ist vom Boot nur da? Viel mal Leben! Wann da drinnen? Was ist das Kaffelchen? Was ist das Kaffelchen? Es ist wie viele Füsse kurz in der Nacht gegangen. Die Crew springt raus und das Flugzeug fliegt weiter. Die Crew springt raus. 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 Ich habe die besten Waffen dabei. Der G77 und die wunderschöne Glock. Ohne Glock gibt es keinen Dock. Da drüben ist ein Ei-Pissel, ne? Schön. Ich brauche ein Boot. Give me the Boot. Give me the Boot. Give me the Boot. Ich brauche Boot. Ja, komm schön. Tja. Ruff da. Anders kommst du hier nicht rauf. Frag mich nicht warum. Leute. Schau, Kollege. Ich mach mircken. Keine Kau. Ich benutzeink delete. Oh mein Gott! Double kill ...dööööööööööööse Jetzt kommen wir's los Die kann nur einen Knudszère Also ich kann sich das nicht ändern Der ist ja viel zu schnell fürs Handreifen. Den Ketten müssen sie doppelt gemoppelt. Den müssen sie die Händler setzen und den hat sie nicht so voll. Bis der einmal über die ganze Meppe in Fase fliegt. Und ich kann nicht weniger Gas geben. Ich habe ein Fallschirm aufgemacht. Hey, Kollege! Hi! Was geht? Ich habe mich ja gerade vorher weggeschickt. Ohne nicht wahr. Danke für Deckung, dude. Krascher? Torsten? Ähm... Ja, all! Yo, Kollege! Herr... Herr Gefreiter... Oberscheißer! Oberscheißer! Hey, Oberscheißer! Bleib stehen! Was ist denn da? Es gibt sie nicht, du! Der Trottel ist auch geschehen. Das ganze Druck voll gehen! Ja! Das ganze Druck einsteigen! Das ganze Druck einsteigen! Ganzes Team... Hallo! Oh! 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 Die... Eine hat einen Schmack... Eine... Die... Die... Also... Sie... Sie... Die... Ganz normal nicht so viel Rücken, du hast mal Schieb. Der Jeep ist doppelt gemoppelt. Wenn nicht der Bomber jetzt volles erwischt hätte, werden sie auch schon gewöhnt. Der Jeep ist doppelt gemoppelt. Die ganze Truppe in den neuen Jeep einsteigen. Ich habe gesagt, die ganze Truppe in den neuen Jeep einsteigen. Aber zackig! Okay, dann halt nicht. Wenn nicht, dann würde es so fühlen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Komm runter, du doppelt gemoppelt! Ah! Komm! Nicht schneller, du mal den Kopf drücken musst! Ich meine, ich muss... Ich darf eigentlich nicht sagen, ich treff auch nicht, aber... das ist jetzt ungefähr. Warum? Why? Why do you do that? Jetzt verboten! Du verstanden? Jetzt verboten! Du verstanden? Jetzt verboten! 돼요. Jetzt verboten! Jetzt verboten! Ich sage jetzt, wenn du das Leben wichtig bist! Jetzt wo bist du? Uh, schön. Komm ja nicht hoch. Bist ins Bulasch. Und im Arsch. Haben wir nicht verstanden? Passt. Perfekt. Von wo? Ah. So einer. So einer also. Ich lass mich jetzt umbringen. Dann kann ich mir eine andere Waffe nehmen. Und dann bin ich... Ready Spaghetti. Leute. Ist das einer von uns? Jupp. Auch einer von uns. Auch einer von uns. Keiner von uns. Äh. Danke. Noch eins Danke. Ähm. Ja. Du die. Schuhe die Waffe. Witzel. Hm. Hm. Ich weiß das eigentlich nichts. Da sah die größten Fernwoche. Das sah die größten Fernwoche. Die Bläu. Ät. Rot. Gleich schon kann ich das Spiel anzurückchen. Und das mag ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nur nicht. Jesus christ. Oh. Keine. Oh. Das muss ich nicht nachmachen, ne? Hi, Barry! Barry has a great time! Ich will es mal nicht treffen. Das ist ja Instant Karma hier. Instant Karma! Komm, Flea! Zieh hoch! Ich möchte dich holen! Zusammen mit dem Polen werde ich dich jetzt holen. Oh, da ist er! Wiesekowski! Bitte, treff! Bitte! Ja, ich bin kein Problem! 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 Gut, aber... Diese hundsblöden Schiffdinge machen auf die Schaschen. Wo ist dieser kleine Weg? Große Scheißer. Wo ist das dumme Boot, hä? Wo ist es? Boho, hallo? Boho? Boho? Bruder, wo ist er? Du kannst es ja nicht! Nichts Nutzer. Wo ist er? Wo ist er? Danke! Und jetzt? Der hat doch getroffen... Geh Bruder, mach nicht auf diesen, ja. So, und du kleiner Nichts nutzt? Woher hast du eine Skar? Die hab ich dir nicht gegeben. So. Meine Mission geht weiter. Hat der auch Flares? Ich hab's ja gewusst. Guck dir einer. Das ist so scheiße. Haben wir wohl einen Finger bei dir. Flütschfinger da oben. Ah. Ich hab's ja gewusst. Fünf Gegner warten, halt chill. Chill, Bruder, chill. Bruder, chill. Bruder, musst du chillen. Danach grillen. Bruder, das nicht gern. Nix, nix. Das ist unser. Das ist unser. Nix. 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 Oh, oh, schön. Schön. Oh, oh, oh. Ohhhh! Ich kann hier sehen, dass die Heirflüge sind, so sie sind mehr proficiert. Ne, das ist einer von uns. Den darf ich nicht anwissieren. Der, du scheiß Russe da oben. Jetzt gib mal Ruhe. Sonst stecke ich dich in meinen abgetragenen Schuh und löffle dich mit Eis dazu. Das ist besser gesagt ein Zahnweller. Ich geh da. Bye, bye. Oder du hast einen Zahnweller. Oder auch nicht. Teammate, bist du für gar nichts zu Nutze. Der wackelt da unten hin und her, wie wenn er Pir gesunken hätte. Da, schaut euch den an. Läuft da. Der ist das andere Jahr. Digga, da ist einer. Wie dumm sind unsere Leute. Wie scheiße dumm sind unsere Leute. Wie scheiße dumm sind unsere Leute. WwwTTIAD5 Mahler. Wie scheiße dumm sind unsere Leute. Wie scheiße dumm sind unsere Leute. Wie scheiße dumm sind unsere Leute. Wie scheiße. Ich hab mich Ronanize verfolgen. Wie sein Tribunal Wo 움직ieren, wie viele Personen. Wo, wirklich muss ich noch einmal Kopfst~! Wo in fünf PLN-D. Wo sind Russos. Sorge unter einen Groden! Wo ist der Ch affirm funktioniert? Das war's für heute. Die Räume sind ja richtig scheiße. Tja Leute, ich würde dann sagen, das war es mit der Folge. Ich hoffe euch hat sie gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keinen neuen Content zu verpassen und wir sehen uns in der nächsten Folge neulich. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da, ob ich weiter, also ob ich eine Serie davon machen soll oder nicht. Und ja, tschau Leute!